Heute machen wir einen Spaziergang um den Helmut-Schack-See im Ostdorfer Bornpark. Im Laufe der Jahre entwickelte sich um den See eine Parkanlage, dessen Ränder in die Ostdorfer Feldmark übergehen. Am Schacksee gibt es eine große Hundeauslaufzone und einen schönen großen Spielplatz mit Rodelbeeren, der über eine Spielstraße zu erreichen ist. An den Wochenenden kann es schon mal ziemlich voll werden. Hier wird gerne und oft gegrillt. Außerdem gibt es hier weite Wiesenflechten zum Fußballspielen und Turmen. Das Naherholungsgebiet bietet sich besonders für Spaziergänge, Laufen, Horten und Radfahren an. Genießt die Natur und beobachtet die Enden. Aber bitte nicht füttern! Genießt die Natur und die Natur für Spaziergänge, Laufen, Horten und Radfahren an. Musik 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 Musik